Maximales Tempo, Energie kritisch, maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Profit, ich bin jetzt im Übertragungswagen. Sehen Sie sich die Terminals an. Greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Okay, ich bin drin. Starte jetzt den Download. Ich hab alles. Komme jetzt zum Treffpunkt. Gute Arbeit, Nomad. Tarnfeld aktiviert. Laut dieser Berichte haben Sie die gesamte Zivilbevölkerung in ein paar Tagen evakuiert. Was verstecken die Kerle? Maximale Panzerung. Es wird noch besser. Wie es aussieht, ist General Kiong für die gesamte Operation verantwortlich. Tarnfeld aktiviert. Wenn Sie dachten, dass Sie einen Spaziergang haben, Sie sich geirrt. Kiong ist ein harter Brocken. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Hau! Ha! Hau! Also mit Pistole allein. Das ist nicht so einfach. Ahja, jetzt is, äh... das weltpolitisch ist. Hup! Das rockelt jetzt wieder ein bisschen, ne? Hau! Hau! Zunächst eine Zusammenfassung. Nordkoreanische Truppen haben auf den Lingshan-Inseln im philippinischen Meer mehrere tausend Zivilisten evakuiert. Warum? Laut des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Chul hat die Operation rein humanitäre Gründe. Selbst auf Hawaii wurden leichtere Beben registriert. Nordkorea behauptet, dass ein bevorstehender Vulkanausbruch die Bevölkerung der Insel bedroht. Amerikanischen Experten zufolge gab es auf der Inselgruppe seit Beginn der Aufzeichnungen keine vulkanischen Aktivitäten. Außenminister Douglas Bornheim setzt die Vorgehensweise Nordkoreas mit einer Invasion gleich. Worum geht es also wirklich? Wir begrüßen zu diesem Thema Dr. Joseph Harford, den Leiter der Kommission für fernöstliche Beziehungen. Mr. Harford, was genau bezweckt Kim Jong-Chul? Tja, die aktuelle Situation war ja schon seit längerem abzusehen. Kim Jong-Chul versucht schon seit einiger Zeit den Einfluss Nordkoreas auf den Pazifikraum auszudehnen. Er konzentriert sich dabei auf diese de facto unabhängigen Nationen, die in seinen Augen leicht beeinflussbar sind. Wie Sie wissen, hat Nordkorea auf eben diesen Inseln vor vier Jahren die marxistische Unabhängigkeitsbewegung der RFIP unterstützt. Als dann die von Kim Jong-Chul gestützte Revolutionsregierung US-Unternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar verstaatlichte, gab es enorme Spannung. Und welche Art von Bedrohung geht von Nordkorea aus? Nordkorea ist nicht mehr das Armenhaus Asiens. Im Jahr 2008 gab es in Nordkorea einige grundlegende Veränderungen. Nach dem Tod seines Vaters leitete Kim Jong-Chul umgehend Reformen nach maoistischem Vorbild ein und verwandelte die Metropolen des Landes in faktisch unabhängige Freihandelszonen. Pyongyang hat heute die zweithöchsten Umsatzerlöse weltweit. Dadurch ist das Regime der Lage, modernstes militärisches Gerät aus China zu importieren. Und was wir auch nicht vergessen sollten, Nordkorea untermauert seine Politik mit Atomwaffen. Und was wir auch nicht vergessen sollten, oder? Also, hm, ne? Ich dachte, das ist schon bald interessant, ne? Na, wie zum Fall. Jaja, so schnell kann es gehen, ne? Hm, vielleicht kann ich auch nicht schlecht, aber... Nee. So lieber bei meiner Ahnung. Schön. FY71. sich das muss man sich mal vorstellen die Sokirche also die Wirklichkeit so wäre so er plötzlich doch nicht so arm doch doch nicht so arm so man erreich dann hätten wir schon ein paar Probleme die Schilder importieren könnten und dazu noch Atomwaffen hätten Tarnfeld aktiviert schlafen die alle noch ja gut ich habe schon viele erwischt das muss man dazu sagen also wenn man einfach so rein bricht ist natürlich die ganzen Leute von den Stränden kommen noch dazu oder von hinten von dem Außenposten das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall weil ich schon alle ausgelöscht habe Tarnfeld aktiviert Energie kritisch maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert Tarnfeld aktiviert maximale Panzerung maximale Panzerung Tarnfeld aktiviert Tarnfeld aktiviert tja ok jetzt wird mehr Action komm Sie nähern sich jetzt einigen KVA-Stellungen, räuchern Sie sie mit Granaten aus. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Jetzt muss ich den Berg hoch. Jetzt ist eigentlich ein Schockerhut. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Jaaah lohns' sich jetzt die, das zu schön zu verschwenden. Weil ich brauch' ja. Tu schau're noch kurz später, der so ein Zeitpunkt, wo ich die echt brauchen werde. Die Shotgun ist auch, wenn man nicht hiesehen. Die ist schon stark. Die ist schon echt gut, aber... Ja, aber ganz ehrlich, ich bleib doch lieber bei der anderen Waffe. So, zur Signalposition. Der Prophet will uns was zeigen. Das sieht einfach geil aus. Und... Da sehen wir auch irgendwas komisches. Ein Boot. Vielleicht die Lust, gell? Da sind sie ja endlich. Was sagen sie dazu? Da hatte wohl jemand Probleme, sein Boot einzuparken. Wir sitzen in einer Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOG verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey, Boss! Ich hab hier was! Eine topografische Karte. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht. Aber mehr haben wir leider nicht. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr ab. Ja. Seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot. Und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Jester hat recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho! Sie kennen Ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was ist so... Das ist ein Befehl! Da ist was! Es hat Jester! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Los! Vorwärts! Los! Seht ihr es? Wo ist es hin? Hier lang! Vorwärts! Los! Maximalis Tempo! Maximale Panzerung! Was ist am Teufel? Wo ist was? Feuer eröffnen! Töte dich! Woh! Und da sind die Komerhan-Hobs. Weiter weiter! Wir müssen Chester finden! Nach Ost! Gehen wir weg! Machsimalis Tempo! Machsimalis Tempo! Machsimalis Tempo! Machsimalis Tempo! Sie sprölt so und ich bin einfach so... Schon ein bisschen schneller da... Maximales Tempo Maximale Panzerung Blas! Blas! Ich glaube, es ist schon ein bisschen weg. Oh ja, ich habe da mit Ungutes gefehlt. Dem geht es, glaube ich, nicht mehr gut. Und das war das erste Kapitel. Und jetzt kommt das zweite. Recovery. Tod! Verdammter Mist! Oh verdammt! Was ist hier los, Boss? Wir sterben wie die Fliegen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Das ist mein Wort darauf. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Mach's gut, Kumpel. Hm. Maximale Panzerung. Aufpassen, Jungs. Das Kommunikationszentrum voraus. Geben Sie mir Deckung mit. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin zwar so gut. Ich bin mitzuhelfi und entspannt. Ich bin damit wirklich großartig. Moment. Ich bin damit gut. Ich bin damit gut. Wenn wir die neue Front beendeten haben, dann müssen wir die. Das war's. Was ist das? Es ist so gut. wieder schön so schon so verlockend aber dieser weg derzeit lang aber es ist doch sicherer zu fuß geht ganz langsam jungs ihr wimmelt es von scharfschützen und patrouillen ich werde jetzt ein triffpunkt sicher wir bleiben in kontakt ein der scharfschützen auswählte durch scharfschützen Fahrefeld aktiviert. Na ja, ging so. So. Maximale Panzerung. Fahrefeld aktiviert. So schön, dass man den Sound von dem dann hat. Alles sieht anders aus. Fahrefeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, stumpf ist ja. So macht das Ziel noch viel gesprungen. Viel viel mehr Spaß. Huch, ist jetzt was gelebt. Fahrefeld. Fahrefeld aktiviert. Fahrefeld aktiviert. Fahrefeld aktiviert. Fahrefeld aktiviert. Fahrefeld aktiviert. So. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018